So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Bei mir ist jetzt gerade Mittwochabend. Ich möchte aber gerade mit Poopsie 7 vs. White gucken bis 22 Uhr, wo dann Wrestling kommt. WWE Raw, die Day One Edition. Und das ist ein Fest gewesen, habe ich schon von vielen gehört. Ich lasse mich überraschen, ich habe es noch nicht geguckt, ich will dann mal schauen. Ich werde dieses Video jetzt auch nicht abends noch rausbringen, weil ich nehme es zwar gerade auf, aber ich möchte die Premiere wirken lassen, die war, und dann machen wir morgen eben wieder zwei Pokémon-Videos. Um 10 Uhr dann eben Raid am Mittwoch am Donnerstag und um 15 Uhr kriegt ihr dann dieses Infovideo, was ja auch gar nicht so groß ist, weil ihr wisst ja alle, was ein Raid Day ist. Und nachdem wir in letzter Zeit den Raid Day, jetzt ist es von der Tastatur abgegangen, nachdem wir in letzter Zeit den Raid Day mit Hisui Admurai hatten, wussten wir ja, es wird sicherlich auch ein Raid Day geben mit Hisui, Tonubto und Hisui, keine Ahnung, was das dritte überhaupt war. Ich wusste nur, dass ich keinen Admurai genommen habe, ich wusste, dass ich damals Tonubto hatte dann, als Stader, also Vollriegel und dann eben Tonubto in der Hisui-Version. Deswegen freue ich mich auf diesen Raid Day besonders, weil mich damit auch irgendwas verbindet. Bei Admurai war es ja auch so, dass es ein Ticket gab, womit man nochmal acht zusätzliche Raid-Pässe gekriegt hat. Das ist hier bei dem genauso. Beim Darmiteer Raid Day war das nicht so. Aber ist egal, denn das ist ja wahrscheinlich auch wichtiger und gehypter und besser und cooler. Und auch wenn ich immer sage, ich bin free to play, ich kaufe mir nichts, wenn ihr mir was kaufen wollt oder schenken wollt an Tickets, könnt ihr das machen, das kann ich ja nicht verhindern. Aber bei dem würde ich mich wirklich freuen. Denn gerade Raid Days sind einfach das, was mir ein Feeling gibt von damals, so eine Raid Tour, als hätte ich noch meinen Hauptaccount und könnte einfach eineinhalb Stunden, zwei Stunden lang durchweg gehen, Raids machen und das vermisse ich irgendwie. Wir haben zwar keine Raid Mania mehr in der Raid Stunde, das ist jetzt weg, da ich ja nur noch einen Pass pro Tag habe, aber an einem Raid Day diese sechs Raids zu machen, macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn du nochmal acht zusätzliche hast, macht das eben nochmal Spaß. Ich höre es auch immer von den Leuten, die bei dem Raid Day dann dabei sind und zusammen mit einem die Raids machen, dass das wieder Spaß gemacht hat zusammen in der Gruppe. Hisui Tonubdo erscheint bei einem Raid Tag zum ersten Mal und begleitet euch auf eurem Weg zur Pokémon Go Tour Sino. Das ganze Ding findet am Sonntag, den 14. Januar statt. Jetzt ist der dritte erste, das ist also nicht diesen Sonntag, sondern den nächsten Sonntag. Wie seine ganzen Vorgänger wird auch Tonubdo natürlich direkt als Shiny verfügbar sein, in seiner Hisui-Form mit erhöhter Shiny-Rate. Bin ich mal gespannt, bei Admurai hatte ich glaube ich bei 14 Raids kein Shiny dabei und habe dann alle 14 Admurai verschickt. Hier würde ich auf jeden Fall, selbst wenn ich keinen Shiny kriege, mindestens eins aufheben, weil ich das Teil einfach cool finde. Ist für mich das Beste von den drei Startern gewesen, deswegen würde ich das aufnehmen. Es werden wieder Stufe 3er Raids sein, das heißt die meisten müssten die auch Solo einfach gut bewältigen können. Das finde ich gut, bei dem Mega-Knack-Rack-Day war das was anderes, da konnten viele das gar nicht machen, haben Hilfe gebraucht. Aber hier Stufe 3 Raids müssten gut machbar sein, auch Solo, sodass ihr losziehen könnt oder mit eurer Freundin zusammen oder mit eurem Bruder oder mit eurer Schwester oder wie auch immer und können das machen. Event-Boni. Ihr erhaltet sowieso bis zu 5 kostenlose Raid-Pässe zusätzlich, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht, also 6 an dem Tag, es besteht eine erhöhte Chance, schillernden Hisui-Tonupto zu begegnen. Es erscheint häufiger in Raid-Kämpfen und das Fan-Raid-Limit wird auf 20 pro Tag erhöht, sodass ihr euch auch trotzdem gegenseitig einladen könnt und Spaß haben könnt. Häufiger in Raid-Camp, ich sag's immer wieder, früher war es so, bei einem Raid-Day, der ging 3 Stunden und an einer Arena war ein Pokémon, das war 3 Stunden lang da. Sie haben es dann umgeändert, dass das Pokémon nur noch 1 Stunde da ist, nach der Stunde nochmal das Pokémon erscheint an der Arena und nach der Stunde nochmal, sodass ihr an der gleichen Arena 3 Mal raiden konntet. Das ist auf jeden Fall ein guter Schritt gewesen, denn manche Leute haben vielleicht nur eine Arena und die konnten nur ein Raid machen und waren dann fertig und so könnten sie dann 3 Raids machen. Sie haben jetzt getestet in der Raid-Stunde, das ist vielleicht manchen aufgefallen, ich hab die gar nicht gespielt, aber ich hab's gelesen, dass man doppelt so viele Raids hätte machen können und dürfen, da in der Raid-Stunde die Raids nur eine halbe Stunde gingen, sodass in einer Stunde bei der Raid-Stunde jeweils 2 Raids an einem und derselben Arena waren, weil dann nur eine halbe Stunde gingen und dann direkt der nächste aufging für die nächste halbe Stunde. Leute mit 5 Arenen konnten also 10 Raids machen, an 5 denselben Arenen, wo sie sonst nur 5 machen konnten. Ob sich das jetzt in Zukunft auch auf einen Raid-Day auswirkt, dass eben von diesen 3 Stunden auf eine Stunde gegangen wird und man jetzt auf eine halbe Stunde geht, sodass man effektiver noch mehr raiden kann und noch mehr, weiß ich nicht, das werden wir spätestens da sehen, wenn der erste Raid-Day wieder ins Haus steht. Es wird also dieses Event-Ticket geben für 5 US-Dollar, wo ihr auch diese Boni bekommt, die dann von 14 bis 22 Uhr gelten. Also von 14 bis 17 Uhr ist der Raid-Day, die Boni gelten trotzdem bis 22 Uhr. Ihr bekommt nochmal 8 zusätzliche Raid-Pässe, was heißt, ihr könntet auch nach 17 Uhr, nach dem Raid-Day, eure Raid-Pässe für was anderes nutzen. Diese 8 zusätzlichen könntet ihr noch für einen 5er nehmen, für einen Mega-Raid, für was weiß ich, was dann gerade da ist. Insgesamt hat man dann 14 an dem Tag, ist ja klar. Es gibt eine erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons für Raid-Kämpfe, wenn man das Ticket hat. Man bekommt 50% mehr EP für Raid-Kämpfe und doppelt so viel Staub für Raid-Kämpfe. Für mich heißt das einfach nur, ich kann für 5 Euro 8 Raids machen. Ich sage ja immer, ein Raid ist 1 Euro. Das heißt, das wären 8 Euro, ich bezahle nur 5 Euro. Das passt schon. Auf die EP, den Staub, gebe ich gar nicht so viel. Die XL-Sonderbonbons wären für den Main-Account gut, für den Habanero. Das reißt jetzt nicht raus, es kommt meistens nicht so viel bei rum. Wenn jemand Bock hat, mir das Ticket zu giften, kann er das gerne machen. Dann werde ich natürlich das auch wieder namentlich überall anprangern, sagen wir mal. Ansonsten habe ich übelst Bock auf diesen Raid-Day. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Bock oder sagt ihr ne? Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Bis dahin, peace out.